Haben Sie einen Prozess, der aus gut gelaunten Quereinsteigern innerhalb eines bestimmten Zeitraums gute bis sehr gute Möbelverkäufer macht? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Denn es gibt keine fertigen Möbelverkäufer auf dem Markt. Und wenn sie auf dem Markt sind, dann hat das Gründe. Das heißt, da wo Sie herkommen, war irgendjemand wahrscheinlich nicht zufrieden mit Ihnen. Ich habe im letzten halben Jahr zehn oder 15 Vorträge auf Airfas gehalten, bestimmt vor über 100 Möbelhausbesitzern und immer wieder darüber geredet, wie man aus Quereinsteigern innerhalb einer gewissen Zeit, zum Beispiel zwölf Wochen, perfekte Verkäufer machen kann. Das besteht ja aus zwei Dingen. Einmal die Warenkunde, die in der Regel ganz gut im Haus abgebildet wird, aber dann auch das Verkäuferische. Wie komme ich an jeden Kunden ran? Wie kriege ich Kunden ins Gespräch? Wie kriege ich Kunden zum Sitzen, bevor Ware gezeigt wird? Wie leite ich den Abschluss ein? Wie zeige ich Ware und wie hole ich gegebenenfalls das zweite Gesicht? Jetzt habe ich, obwohl ich das 100 Möbelhausbesitzern erklärt habe und ihnen auch die gesamten Unterlagen dazu zur Verfügung gestellt, dann hat es nach meinem Wissen kein einziger umgesetzt. Warum nicht? Die haben keine Zeit und die haben nicht Energie dafür. Das heißt, ich bin hingegangen und habe einen 100%-Club für Quereinsteiger gegründet. Was ist das? Das ist ein Programm, in dem Quereinsteiger, die ausgebildet werden wollen, das ist ganz wichtig, die Leute müssen lernen wollen, innerhalb von zwölf Wochen das gesamte verkäuferische Handwerkszeug beigebracht kriegen. Und zwar in einer Mischung von Präsenztreffen, also wir treffen uns zweimal, regelmäßigen Telekonferenzen, Aufgaben, die täglich über eine App kommen, ein Berichtswesen. Es ist wichtig, dass die Leute von Anfang an ihre Statistik sich angucken, wie viele Kontakte habe ich, wie viele Gespräche habe ich. Dieses Programm habe ich jetzt geschaffen und biete es dem Möbelhandel an. Das heißt, in zwölf Wochen einen Quereinsteiger, der vorher noch nicht verkauft hat, zu einem guten Verkäufer zu machen. Die wahrenkundlichen Sachen, die müssen vor Ort kommen, aber das ist in der Regel das geringste Problem. Das heißt, wenn Sie jemanden in dieses Programm schicken, haben Sie die Sicherheit, entweder, dass Sie nach zwölf Wochen jemanden haben, der super funktioniert, denn dafür stehen wir und unsere Firma. Oder Sie haben vielleicht unterwegs, hat der Kandidat oder auch wir oder mit Ihnen zusammen bemerkt, an einem bestimmten Meilenstein, dass es vielleicht doch nichts wird und das hat gegebenenfalls dann dazu geführt, dass derjenige sich anders umorientiert. Also der 100% Club für Quereinsteiger garantiert Ihnen, dass Sie innerhalb von zwölf Wochen jemanden haben, der perfekt bei Ihnen Möbel verkaufen kann, oder dass Sie vorher eine klare Entscheidung gegen eine Weiterbeschäftigung als Möbelverkäufer treffen können. Der 100% Club, wie sind wir darauf gekommen? Vor drei Jahren habe ich 30 Möbelverkäufer über ein Jahr lang gecoacht und der 100% Club stand damals dafür, dass Sie um 100% Ihren Durchschnittsmonatsumsatz erhöht haben. Das haben einige geschafft, andere haben 30, 40, 50% draufgelegt. Dieses Jahrescoaching ist enorm hart für die Leute und dauert auch sehr lang und ist für so eine Einarbeitungsphase gar nicht notwendig, aber daher haben wir das Know-how. Was dieser 100% Club Ihnen verspricht, ist innerhalb von zwölf Wochen arbeiten diese Leute zu 100% bei Ihnen auf der Fläche mit. Informieren Sie sich, klicken Sie unten und erfahren Sie mehr in einem persönlichen Beratungsgespräch.